Hast du auch das Gefühl, dass dir immer mehr Vorschriften gemacht werden? Dass dir jemand sagt, was du essen darf? Dass dir jemand sagt, wie du reden musst? Dass dir jemand vorschreibt, der heute noch in die Ferien darf? Das ist nicht nur ein Gefühl. Es gibt immer mehr Verbote, die uns das Leben einschränken. Wenn du das nicht willst, ich bin Christian Hartmann, ich bin von Winterthur. Wähle mich am 12. Februar für die SVP in der Kantonsrat.